Hallo zusammen, wir sind David und Jakob und wir haben hier, wo wir gerade auch auf dem Schulhof sitzen, vor zwei Monaten an der Waldorfschule in Schloss Hamborn unser Abitur gemacht. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit, um zu reisen und werden uns morgen zu viert mit zwei weiteren Kumpels aus unserer alten Klasse auf nach Frankreich machen, auf einen Roadtrip, der wird drei Wochen dauern. Und da wollen wir mit zwei Bullis einfach so ein bisschen das Land erkunden, werden da verschiedene Landschaften sehen und verschiedene Stops machen. Ja, wir wollen unterwegs dann in erster Linie, wir wollen Blogs machen, aber euch eben auch zeigen, wie wir das Bulli zum Beispiel mit dem Schlafen gelöst haben oder auch wie wir in den Bullis dann unterwegs kochen werden. Und wir hatten uns das folgendermaßen überlegt, dass Jakob mehr vor der Kamera zu sehen sein wird, wenn wir nicht gerade beide vor der Kamera sind. Und ich werde dann logischerweise mehr hinter der Kamera sein und mich auch dann noch ein bisschen mehr um den Schnitt kümmern. Genau, und unser erster Stopp, wir fahren wie gesagt morgen los, wird Paris sein, aber mehr wollen wir auch noch nicht verraten, also seid gespannt. Bis zum nächsten Mal.